Bhagavad Gita, Vers 2.44 Wer zu sehr am Sinnengenuss und am materiellen Reichtum haftet und von solchen Dingen verwirrt ist, kann nicht den festen Entschluss fassen, dem höchsten Herrn in Hingabe zu dienen. Erklärung Samadhi bedeutet fest verankerter Geist. Das vedische Wörterbuch Nirukti erklärt dazu Samyak Adiyate Smin Atmatatva Yatatma Yam Wenn der Geist fest darauf gerichtet ist, das Selbst zu verstehen, wird dieser Zustand Samadhi genannt. Für Menschen, die am materiellen Sinnengenuss interessiert sind und ebenso für diejenigen, die von solchen zeitweiligen Dingen verwirrt werden, ist es niemals möglich, in Samadhi zu sein. Sie sind der materiellen Natur ausgeliefert. Samadhi Untertitelung des ZDF, 2020